Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Diesmal schauen wir uns das Thema Bremsbereitschaft an und wofür du das überhaupt machst. Hallo, ich bin Erik, bin Fahrlehrer seit über 20 Jahren und möchte dir bei deinem Führerschein helfen. Los geht's! Das Thema Bremsbereitschaft ist ein wichtiges Thema. Du wirst das Wort wahrscheinlich schon mal gehört haben von deinem Fahrlehrer. Falls du noch nicht gefahren bist, hast du es wahrscheinlich schon irgendwo gelesen oder von jemand anders gehört. Was genau das ist, das werden wir uns heute einmal genau anschauen und wofür du das Ganze machst. Aber am Ende des Videos wird dir wahrscheinlich vieles bewusster werden, warum oder wofür die Bremsbereitschaft überhaupt da ist und dass es auch auf jeden Fall einen Sinn ergibt. Du siehst ja das Bild hier schon im Hintergrund. Ich habe zwei verschiedene gefährliche Situationen, die auch eine Bremsbereitschaft erfordern. Und warum und welche ganzen Sachen du da beachten musst, das schauen wir uns jetzt einmal an. Grundsätzlich wofür ist die Frage eigentlich relativ einfach beantwortet, damit wir auf kürzester Strecke zum Stehen kommen. Mehr ist das gar nicht. Das Video heute beinhaltet den Anhalteweg, den Reaktionsweg, den Bremsweg, die Gefahrbremsung und auch die Bremsbereitschaft und wie das Ganze miteinander arbeitet. Das ist jetzt nicht hoch mathematisch, aber so, dass du halt für deine Theorieausbildung die ganzen Formeln weißt und dass du halt auch weißt, wie du das halt auch in der Praxis umsetzen kannst. Es geht um die Faustformel und wie du das Ganze anwendest. Also, Anhalteweg ist immer der Weg, den du komplett brauchst, um zum Stehen zu kommen. Und das ist immer eine Strecke mit x Metern. Also, das kommt immer auf die Geschwindigkeit drauf an. Du musst natürlich wissen, wie kannst du dir das Ganze denn überhaupt zusammenbauen, damit du weißt, okay, das muss ich jetzt in der Theorie ankreuzen. Oder da ist jetzt die Frage, wie reagiere ich in dem Moment noch. Also, Anhalteweg ist immer eine Zusammensetzung aus Bremsweg und dem Reaktionsweg. Reaktionsweg ist immer das Erste. Was der Reaktionsweg ist, das ist auch eine Strecke. X kommt auf die Geschwindigkeit drauf an, die du in einer Sekunde hinter dich bringst. Und der Reaktionsweg, ich mache mich mal ein bisschen hier zur Seite. Der Reaktionsweg ist immer das, was du vom Sehen der Gefahr, also du siehst ja die Pedale. Ich habe hier in diesem Fall meinen Fuß auf dem Gas. Der andere Fuß ruht, weil der hat keine Arbeit in dem Fall, in dem Moment. Und dann sehe ich eine Gefahr. Und vom Sehen der Gefahr bis zum Umsetzen der Füße auf die Bremse und auf die Kupplung dauert das circa eine Sekunde. Also, das ist auf jeden Fall die Rechengröße, mit der du rechnen musst. Also, eine Sekunde ist der Reaktionsweg in Metern, wie viel Strecke du da hinter dich bringst. Der Bremsweg ist der Weg, den du aus der aktuellen Geschwindigkeit, die du gerade fährst, bis zum Stillstand brauchst. Also, x kmh bis 0 kmh und das Ganze in Metern. Das ist halt der Bremsweg. Also, Bremse und Kupplung getreten bis 0 kmh bei Geschwindigkeit x. Das ist halt der Bremsweg in Metern. Und die Faustformel für den kompletten Anhalteweg, die brauchst du aber auch für die Theorie. Die Faustformel für den Anhalteweg ist halt Reaktionsweg plus Bremsweg, Vzehntel mal 3 plus Vzehntel mal Vzehntel. Also, V steht für Geschwindigkeit, da müsst ihr dann die Geschwindigkeit einsetzen, die ihr aktuell fahrt oder ausrechnen wollt. Also, während der Fahrt braucht ihr jetzt natürlich nicht ausrechnen, sagen, okay, ich fahr jetzt 67 und dann, das würde keinen Sinn ergeben. Aber halt für die Theorie müsst ihr natürlich wissen, was brauche ich denn an Metern und wie weit muss ich denn überhaupt mich von etwas entfernt sein oder muss ich von etwas entfernt sein, damit das überhaupt noch lohnt, dort zu bremsen oder überhaupt anzuhalten, den Gedanken daran zu haben. Okay, also ein Beispiel aus 30 kmh, also Vzehntel ist 30 kmh durch 10 mal 3. Und dann halt noch der Bremsweg dazu, Vzehntel mal Vzehntel, also 30 durch 10 mal 30 durch 10. Auf dem nächsten Bild führt sich mal die Nullen weg, damit sich das einfacher rechnen lässt. Das heißt, ich habe 3 Eintel mal 3 plus 3 Eintel mal 3 Eintel, das ist gleich, ich kürze wieder die Einsen weg, weil ein Ganzes ist ein Ganzes, dann kann ich unten die Eins wegstreichen. Das soll jetzt keine hohe Mathematik sein, sondern nur damit ihr seht, wie einfach die ganze Sache sich doch wegkürzen lässt. Also 3 mal 3 plus 3 mal 3 Reaktionsweg und 3 mal 3 Meter Bremsweg, das wären 9 plus 9 sind 18 Meter. Also ist jetzt nicht so wild, also bei 30 kmh brauche ich 18 Meter, um zum Stehen zu kommen. Also ich brauche 9 Meter allein für den Reaktionsweg, das heißt, der gleiche Weg, den ich zum Bremsen brauche, brauche ich aber auch, um das zu sehen. Das ist aber eine Bremsung, die ist aus einer, eine normale Bremsung, also es ist jetzt nicht irgendwie so eine panische, sondern es ist ein ganz normales zum Stehen kommen. So müsst ihr euch das merken, das ist aber auch ganz wichtig für die Theorie, weil eine Gefahrbremsung ist wieder was ganz anderes. Eine Gefahrbremsung sollte auch wirklich nur bei einer Gefahr sein. Wenn wir uns jetzt das Hintergrundbild nochmal anschauen, hier, ich schiebe mich mal wieder zur Seite, haben wir einen Fußgängerüberweg und einen Bahnübergang. Das heißt, das sind beides Situationen, wo ich natürlich jetzt nicht jedes Mal eine Gefahrbremsung haben sollte, sondern ich muss natürlich auch vorher schon mal die Augen aufgemacht haben. Also Gefahrbremsung ist immer das äußerste Mittel, das dürft ihr nicht vergessen. Jetzt rechnen wir das Ganze mal mit einer Gefahrbremsung aus. Also wir sehen, wie der Reaktionsweg ist immer noch 9 Meter, der ändert sich an nichts, aber wenn ich jetzt mal richtig doll in die Bremse trete, dann halbiert sich der Bremsweg. Und so könnt ihr das dann auch später ausrechnen. Also 9 Meter plus 9,5 Meter, 9 plus 4,5 ist gleich 13,5 Meter. Wenn wir uns das jetzt mal überlegen, 13,5 Meter, das sind immer noch fast drei Fahrzeuglängen, das ist ja wirklich viel. Also ist es ja eher ungünstig, wenn ich jetzt jedes Mal eine Vollbremsung mache, aber trotzdem noch ewig unterwegs bin. Da muss es ja irgendeine Lösung geben, um das Ganze jetzt mal so ein bisschen zu verkürzen. Und die gibt es auch. Nämlich die Bremsbereitschaft. Und die Bremsbereitschaft, was das bedeutet? Das ist einfach, ihr legt den Fuß über die Kupplung und den Fuß über die Bremse. Ihr macht noch nichts weiter. Das heißt, ihr werdet nur bereit sein zu bremsen. Das heißt, ihr macht noch nichts. Nur halt, ihr geht davon aus, dass ihr bremsen müsstet. Das heißt, was bringt das Ganze? Das Ganze bringt nämlich das, dass ich meine Reaktionszeit, und deswegen habe ich das Bild darüber geschoben, über die 9, die wir vorher mal hatten. Deswegen habe ich halt, ja, die ist halt quasi weg. Weil ich bin ja schon am Reagieren. Das heißt, ich muss ja gar nicht meine Füße umsetzen. Und die habe ich ja schon da, wo ich, ja, gleich sein müsste, wenn ich etwas sehe. Das heißt, ich stelle mich schon von vornherein darauf ein, dass ich dort gleich zum Stehen kommen werde. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, das heißt, Bremsbereitschaft, das heißt effektiv kein Reaktionsweg mehr. Das sind immer noch ein paar Zentimeter. Vielleicht lassen wir einen halben Meter sein. Aber darum geht es jetzt nicht. Aber ich bin halt schon völlig bereit, gleich zum Stehen zu kommen. Und dann habe ich halt effektiv nur noch den Gefahrbremsweg. Und dann habe ich nur noch viereinhalb Meter. Aber wenn ihr euch das jetzt mal überlegt, bei Beispiel Zone 30. Ich fahre an eine Kreuzung ran, dort ist rechts oder links. Und ich, kurz vorher gehe ich in Bremsbereitschaft, dass ich notfalls dann eine Vollbremsung hinlege. Da könnt ihr euch aber selber vorstellen, dass das jetzt nicht die Optimallösung fürs Leben sein kann. Und so sollte es auch nicht sein. Also, das ist jetzt nur ein Beispiel, wie man das Ganze noch deutlich verkürzen kann. Aber die Endlösung ist das noch nicht. Und so dürft ihr auch in der Prüfung nicht fahren. Das heißt, ihr dürft nicht bis mit 30 an die Kreuzung ran, Füße weg und dann eine Vollbremsung machen. Also, das wäre falsch. Das wäre wirklich gefährlich. Wir dürfen niemanden gefährden. So darf also nicht gefahren werden. Da muss es aber eine Möglichkeit geben, um das Ganze noch irgendwie zu verkürzen. Weil das kann ja nicht sein, dass wir jedes Mal eine Vollbremsung machen müssen. Und das Ganze nennt sich auch ganz einfach. Das werdet ihr auch lernen, auf jeden Fall. Das gehört jetzt eurer Ausbildung dazu. Das ist die vorausschauende Fahrweise. Vorausschauende Fahrweise heißt, ihr fahrt zum Beispiel in eine Zone 30 und schaut schon vorher, wo sind denn Straßen auf der rechten Seite? Oder wo kommt ein Fußgängerüberweg? Oder wo ist ein Bahnübergang? Wo sind Straßennamensschilder? Wo sind Lücken zwischen den parkenden Fahrzeugen? Wo scheint die Sonne zwischen den Häusern durch? Und so weiter. Also es gibt viele Sachen, woran man sich orientieren kann. Ob jetzt von rechts eine Straße kommt. Und wenn ihr das schon seht, das ist ja, ihr seid ja schon mit dem Wissen, dass dort eventuell jemand rauskommen könnte. Oder dass dort ein Zug kommt, ein Fußgänger oder was auch immer. Und in diesem Fall geht ihr schon, ab da, wo ihr es wisst, ungefähr, naja, so drei Fahrzeuglängen vorher, je nach Geschwindigkeit, vom Gas runter und geht schon in Bremsbereitschaft. Das heißt, einfach durch das eher in Bremsbereitschaft gehen, das Vorausschauen, das heißt, ihr seht ja schon, da müsste ich eventuell gleich anhalten. Ihr könnt vielleicht noch gar nicht sehen, ob da was kommt oder nicht. Aber ihr seid schon bereit zum Anhalten. Das heißt, ihr habt schon alles vorbereitet. Der Reaktionsweg ist weg. Und jetzt steht aber da oben 15 kmh. Warum steht da 15? Wir sind ja die ganze Zeit 30 gefahren. Das kann ja nicht sein. Dann stimmt ja meine Rechnung nicht. Oder vielleicht doch. Die stimmt auf jeden Fall. Weil wenn ich vom Gas gehe, rechtzeitig, verlangsamt das Auto von allein. Das heißt, das Auto fährt dann nur noch im Standgas weiter. Das Standgas ist ungefähr beim Diesel bei 15 kmh im zweiten Gang. Das heißt, das Fahrzeug wird auch nicht ausgehen. Ihr braucht da keine Sorge haben, dass ihr permanent Gas geben müsst. Ihr müsst halt mit Sicherheit fahren. Und Sicherheit kann ich halt nur gewährleisten, wenn ich halt schon alles vorbereite, dass ich auf kürzester Strecke zum Stehen komme. Jetzt sehen wir hier 15 kmh. Also das ist dann die Geschwindigkeit, die das Fahrzeug ungefähr von alleine fährt. Geschwindigkeit durch 10 mal Geschwindigkeit durch 10 ist ja immer noch der Bremsweg. Bremsbereitschaft ersetzt sozusagen den Reaktionsweg. Das heißt, wie ist jetzt die Formel beziehungsweise der Rechenweg ist dann nur noch 1,5 mal 1,5 Meter. Legen wir bei 2,25 Meter. Das heißt, ab dem Punkt, wo ich dann in die Straße einsehen kann, könnte ich jederzeit völlig sorgenfrei und das Ganze vor allen Dingen ohne Gefahrbremsung zum Stehen kommen. Wenn ich jetzt wirklich nochmal etwas ganz hart übersehen hätte, dann würde sich dieser Bremsweg sogar nochmal halbieren. Das heißt, wir wären bei 1,125 Metern. Das heißt, das wäre dann quasi gar nichts mehr. Das heißt, mehr Sicherheit können wir halt nicht machen. Wenn jetzt wirklich gar nichts zu sehen ist, müsste man sogar noch im ersten Gang runterschalten. Aber darum, dann würde das Ganze ja nochmal langsamer werden. Das heißt, umso langsamer ich bin, umso mehr Sicherheit habe ich natürlich. Vorausschauen ist wichtig, Bremsbereitschaft ist wichtig und natürlich immer wissen, wo muss ich denn überhaupt hinschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen und auch mit den Fragen beantwortet, die du hattest. Ich wünsche dir viel Spaß beim nächsten Mal Bremsbereitschaft, beim nächsten Mal Vorausschauen, beim nächsten Mal, wenn du auf eine Ampel zufährst und sagst, ah, okay, jetzt bin ich noch so weit weg. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass ich noch zum Stehen kommen kann oder auch nicht an einem Zebrastreifen beziehungsweise Fußgängerüberweg vor einem Bahnübergang am Rechts vor Links. Das wird schon klappen. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg dabei. Viel Erfolg auch später in deiner Prüfung und bis zum nächsten Video.